Am vergangenen Samstag fand das 10. internationale Sprintmeeting des Ostsächsischen Schwimmvereins Kamenz statt. Insgesamt nahmen 10 Vereine aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen an diesem Schwimmwettkampf im Hallenbad Kamenz teil. In sieben verschiedenen Disziplinen hatten alle Schwimmer die Chance, ihre Schnelligkeit auf Kurzstrecke unter Beweis zu stellen. In den Wettkämpfen um 50 Meter, Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil schwimmen, konnten sich alle Teilnehmer für die finalen Endläufe qualifizieren, um den Sprintpokal der Lessingstadt Kamenz für sich zu gewinnen.